Jo Leute, ich grüße euch! Wolfenstein! So, wo ist der Krieb? Irgendwo über mir sein. Da ist der Arm. Jetzt sehe ich das erste Lull. Ah! Soll, ey! Gut. Gut. Jetzt hoch, oder? Da, wo sie sind. Auf Anja. Das muss der Odin Hauptleitstand sein. Ich komme, Anja. Nein, du hast Schein. Gut. Jetzt ist immer noch einer da. Was? Was? Möchte man hier runter? Bin ich auf dem Präsentier-Taler? Der Charged irgendwo rum. Bewegt. Bewegt, bewegt. Geht die Akku. Ehe, hast du noch überlegt. Oh. Ja, wir warten mal einen Augenblick. Wenn ich es nicht weiß. Hier. ich denke jetzt kann ich da ist einer wie bleibe ich jetzt hier oben ich muss wahrscheinlich nach oben die musik wird immer lauter im spiel ich habe schon wirklich keine ahnung warum wir sterben Lunge, kannst du jetzt sterben? Ja. Noch jemand? Schön, dass du bald da bist, William. Der Kommandant ist weg. Oder andere sind da? Warum wissen die, wo ich bin? Was haben wir hier noch? Hier, Priss. Tja. Soll ich mein Lasergewehr aufladen, was ein bisschen OP ist? Okay, dann müssen wir ja alles haben. Hier können wir noch liegen lassen. Ach, hier hätt ich ja auch er- Ich hätt jetzt nicht ge- Ähm, achso. Ich hab noch einen kurzen. Ich hab noch einen kurzen. Ticker. Hm, das klingt mir nischt. Ich hab irgendwie das Bedürfnis, eine Handgranate da hinzuschmeißen, aber ich hab leider keine. Ich hab auch da, ne? Ich hab noch einen kurzen. Ich hab' ich wieder ab. Ich bin davon aus, dass die nicht hier runter können. Oh, cool. Er ist auf jeden Fall noch da. Ich hab noch eine normale Hund. War doch einer. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Hier sind schon wieder irgendwelche Eingeweihte rum. Jawohl. Ja, ich werde die Handgranate nehmen. Ich hätte sie gern zurückgeworfen. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Ja, können wir's lesen. Geht jetzt n bisschen Panzerung wieder. Eine Postkarte von Günthers. hey so wird es ein furchtbarer ort ja was mache ich jetzt ohne ok ich hätte ihn töten können hätte funktionieren das ist ein großer ich könnte ihn ja abknappen ja rein mann war das wer ist denn so ich könnte schon wieder jemand auf mich schieben und deckung da ist er noch von wo denn ja und 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 Jajaja Ich warte kurz auf meine Panzerung Oh, achso Das war ein richtiger Rollen Jaja, das ist gut Jo Okay Irgendwann kann man nicht hier ein bisschen was austricksen Denn Ja, genau Jaja Ja Fick dich, du Assi Ja Aber ich werde ihn trotzdem wieder töten Das ist ein bisschen langweilig jetzt aber Ja Ja Gut Ja 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 Das ist ein bisschen lame, aber Ja Ich habe mich jetzt für diesen Weg entschieden Ach, hier waren Soldat Jaja Jaja Ja Ihr wisst es ja schon wieder Hier war doch eine Handgranate Ja 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 Mal kurz warten Jaja Jaja Du wusstest schon wo ich bin Jaja Du wusstest schon wo ich bin Ja 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 Es kann ja nur von links kommen Jaja Oder doch durchschleichen irgendwie Ja Keine Ahnung Wo wüsste Guck Hier kommt der Da unten Der Metal Hund Ja schön, du kannst durch Wände schießen Ja Baut sie Nee, die müssen doch von hier schießen Oder da ist irgendwo ein riesen Loch in der Wand Der Dicke lebt da noch Ja Kommt da, wo war der Hund? Mal Deckung gehen Ja Hier lebt Kommt da Komm her Komm her Komm her Gehen wir mal zu Besser weiter weg Aber hier durfte ja niemand sein Gut Ja hoh 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 Denn wo denn Kann ja nur hinter Es kann ja nur hinter mir sein Hätten halt umbringen sollten Keine Ahnung Keine Ahnung Das heißt, ich muss warten, bis er jetzt einmal rumläuft. Ja, du hast mich schon wieder gesehen, du Vieh. Hör auf zu labern. Das ist doch behindert, ey. Ja, geil. Okay, was passiert hier? Es wird lächerlich. Wie er sieht. Was ist denn so? Ist er wieder rumgegangen? Ja, Mann. Okay, scheiße, was soll ich denn jetzt hier machen? Gut. Oh, hast du das überlebt? Weg, 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 weg. Okay, ich habe erst einmal ganz gut die Gegner gekillt. Ich weiß nicht, das war ganz gut. Komm her. Nee, runter. Gut. Ja. Mann, das kann ja nur von hier kommen. Mal von da unten. Oh, hier. Oh, hier. Und wo, wo immer der Schuss herkam? Ich sehe halt nischt. Ich werde lebe in die Fresse kriegen. Ja, ich habe dich. Ja, 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 ja. Oh, der hat eine Granate. Ach. Ja, 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 ja. Halt's Maul, halt. Ja, eine Granate. Ja, 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 ja. Wo bist du denn, du? Wieder ein Handgranate, C-Sinn. Langsam werde ich, werde ich aggressiv. Was ist noch irgendwo da? Bitte, Robert da. Ich gehe die Knarre nachladen. Noch mehr Gegner? Oder war das jetzt nur der, der... ...dings? Der Kommandant. Die sind weiter weg. Ja, von... Ja, du... Ey, fick dich. Willst du denn machen? Wie soll ich an diesem fetten Stück Scheiße vorbeikommen? Jetzt mal, dass ich will. Du siegst, du wir sieg und. Dieses Mal macht nie. Okay, ich vermer'. Oh, ist Basically? Wie soll ich haben? tere? Ah. Oh, was soll ich jetzt machen? Ich schrokpoppost. nein die sind doch alle schon auf 180 hier obwohl der wohl der noch nie mal ausgelöst ist irgendwie die scheiße hier ist so heftig runter er hat springt da jetzt springt er über die abzäunung wieder alter die scheiße läuft hier mit 20.000 gegen ja mein von labern dass die irgendwo durch die wände schießen aber da unten eine hitbox kaputt ja wo und wo wo geht sie an die können doch irgendwo durchschießen das klick ich mach das klick offline hier keine ahnung die schießen aber irgendwo durch die mauer oder irgendwas also durch die stahlwand kann mir sonst keiner zählen da gehts auch mal zurück noch handgranaten also oder dass ich das endlich mal gefunden habe ich muss ein bisschen zeit gut schlagen auf der anderen seite wäre ich hier nicht durch aber wie penetrant die sind es ist es ist wieder so eine stelle im spiel die mich mega abfuckt wahrscheinlich ja als mool naja ihr schießt schon wieder irgendwo durch ganzer rum danke ich muss ja alle über die ja ja über dieses dann du siehst sie nicht du hörst sie ja 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 sie ist schon hier die können doch durch die wand schießen ist doch scheiße alter wo warst du kacke wenn hier keine hitbox drin ist in der wenn ich jetzt der vorwärts gehe da schießen sie wieder richtig gewandt scheiße das regt mich auf scheiße das regt mich auf wow hast die hälfte ja ein hund fehlt noch oh ich bin echt angespannt gerade geht das immer oh da kommt der hund weg 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 oh nicht jetzt rein 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 alter der splash angriff ne komm her warte dass er sich selber damit nicht tötet weg 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 Ich brauche eine Pause, besser gesagt. Beim nächsten Mal geht es weiter.